Ein hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu GTA 5. Es geht weiter, wer letztes Mal nicht gesehen hat. Auf jeden Fall nachholen und nun ja, ich habe mich schon mal mit Michael zur nächsten Mission begeben. Einen Anruf von Trevor habe ich noch nicht bekommen bezüglich der Flugschule, aber okay, momentan kann man auch mit Trevor nichts machen. Ich denke mal, dass wir dann halt erst hier mit Michael die Sache klären müssen beim FBI und ja, das machen wir natürlich jetzt auch. Und das nenne ich mal ein großes Gebäude, ja. Begib dich zu Dave, alles klar. Ui, die haben sich da schon getroffen. Hey, Michael. David. Oh, das ist toll. Du hast mich nicht gesagt, dass wir ein Doppel-Dating haben. Sorry, Leute. Das Bär und ein Hunk of Love ist all mine. Brilliant. Steve Haynes, amigo. Aber du wahrscheinlich schon wusste das. Sorry, dein Name Tag muss aufhören. Oh, da. Ich liebe es. Ich muss mich daran erinnern, dass du das in die Hände bist, du scheiße. Andres. Das, 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 das. Oh, pure magic. Ich sollte es auf meine Show stellen. Habt ihr gesehen meine Show? Du meinst, wie zu drehen wie ein Geschäftsman auf eine Schöpf-Golf-Wekend an einem 3rd-rate Country Club? So. So. Gut gemacht mit unserem Freund, Mr. K. Mein Lieben. Ich liebe es helfen, dass unsere Regierung gewährleisten, insbesondere mit sich. Aber du hast ein Fehler. Das war ich, Cupcake. Warum hältst du deine Scheiße vor, bevor ich die Scheiße zu verbrechen? Die Schöne verhängt jetzt, Freund. Du zeigst mir und meine Team etwas Respekt. Vielleicht kannst du ein Team definierst für mich. Ist das nur die drei von dir? Oder die größte FIB? Oder die gesamte Regierung? Weil ich versuchte, dass wir jetzt nicht, dass wir viele von deinen Kollegen ein ganzes Respekt haben. Und warum hast du mit mir angefangen, Genie? Du hast es, Bout. Wir bekommen die Ente, dass sie Mr. K. in der Städte der Städte. Ich habe gerade mit dem Mann. Die Städte der Städte auf die Frage, wegen de deine Moronik-Antik auf dem Koroners. Wir müssen ihn raus, bevor er blabbt. Ich habe das, was Agent Norton gesagt hat. Ich denke, dass du mit einem älteren Älteren mit einem älteren Älteren mit einem älteren Älteren mit einem älteren Älteren war dein erstes Fehler. Du bist mein Junge, Freund. Meine Karriera beträgt auf das. Und das ist sehr wichtig für mich. Also, dass wir alle Junge jetzt sind, das macht es wichtig für dich. Du gehst weiter, Kinder. Wieso habe ich große Lust, dem Typen irgendwann das Maul zu stopfen? Und ich hoffe, das können wir. Ja. Alles klar. Natürlich darf ich natürlich mit... Natürlich kann ich mit Daves Auto fahren. So, erstmal wieder mein Radion machen. Ich brauche, dass du ein paar Telefon machen kannst. Ein paar Leute an Bord. Der erste Mann ist Franklin Clinton. Hey, ich weiß das gar nicht, Kind. Er hat mein Auto aufgebaut. Telefon ihn, oder wir senden wir ein paar G-Mens zu sein Haus. Okay. Okay. Ach, scheiße. Falsch gefahren. Das ist ein verdammter Weg, Dave. Real verdammt verdammt. Ah, cool. Deswegen konnten wir Trevor nicht erreichen. Ja, okay. Dann ist meine Frage an ich beantwortet, die ich mir gestellt hatte, von wegen, äh, ob die Missionen sich so aufeinander aufbauen. Das heißt, zum Beispiel, äh, wir hätten auch zuerst hier die Flugschule machen können und dann mit Trevor die Mission. Danach hätten wir so oder so die hier machen müssen. Ich hab ihm alle mit dem F5P-B. Du brauchst Discrete Unterstützung. Wir werden Kontrolle über die Situation kontrollieren. Discrete? Kontrolle? Ja, gute Glück, Kontrolle und Discrete Trevor. Ja, ich wundere, wie Kontrolle und Discrete er wird, wenn er sieht der Mann, der mich verletzt hat, und hat Brad in Gefängnis. You better keep a low profile. Ja, ich glaube, ich werde. See you später. Wer ist dieser KG-Moder? Ja, ich bin ein KG-Moder, okay? Nicht du! Hey, Tee! Enough mit der Faux-Politik-Bullshit! Franklin. Komm, du besser weg. Ja, ich bin gut. Ich bin nicht der Mann. Woah. Was, ich habe einen, äh, 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 Schuh, Före, ich werde all die heavy-liftingsehenden auf den Job. Okay, Trevor all I need you do ist fly me to the Target. Franklin, du werfst meinem von across the street we're gonna make these assholes happy and walk away from this thing clean got it I'll got you all right and we do this and they help us bring Brad yeah we'll talk about Brad later all right I got a change better grab a head start nice to meet your homie yeah whatever the government can't last by me let's go let's do this thing we need to go to the agency headquarters downtown alles klar gut jetzt können wir mit Trevor fliegen kurze Sache ich mal schauen muss ane der fliegenwebben ist fast ganz oben für so ein kleines Stückchen your new friends are a riot no wonder you said sayonara to the old crew walking away ain't easy trap sometimes I guess you gotta make compromises what happened to dying with a gun in your hand life happened annoying wife two kids remember them you get tied down you can't move anymore what about your ties to me to Brad those ties are why you got roped in on this FIB instigated suicide pact for as long as it keeps me amused I am I ain't exactly sure it's gonna be amusing we'll see you know you had me at suicide pack the access point is on the west side of the tower get us in position so I can rappel down okay alles klar direkt über den rand des gebäudes alles klar so in etwa drücke arm zu springen und schnell abzusteigen halt den sprung a gedrückt für einen längeren sprung okay keep her steady keep her steady hey we're looking good next I'll had this thing so far up your ass your tonsils will be playing shadow puppets you think we can't do that we can it's in our guidelines I don't know what you're talking about I install cinema equipment not surveilling Wechsel zu Franklin, alles klar. Ah, ich liebe GTA. Nix da. So. Okay, gut, ab zu Michaels zurück. So. So. Trevor, du blöder Wixer, zieh uns hoch. Gut, den haben wir. Okay, der Leigh kommt erst mal down. So, kann ich nicht wieder wechseln? Ich mochte eigentlich Michael, um mit dem zu snipern. Okay, wen steuere ich jetzt? Michael. Okay, das ist interessanter. Ah, okay, damit habe ich so eine Zeitlupenfunktion. Ich will eigentlich den Helikopterschützen da rausschießen. Ach, all den Helikoptertypen. Helikoptertypen. Achso, ich dachte, stürzt der ab? Nee, ich glaube nicht. Scheiße, jetzt treffen wir den nicht mehr. Okay, der Schuss kriegt ab. Ja, Helikoptertypen getroffen. Okay, Tee, take us back to the line. Hey, Frank, hey, they ain't got their eyes in the sky, you can clear out of there. Who are you people? That doesn't matter. They said they were government. I do home theater. I'm not a... I don't care who you are. Now why are you doing this to me? Hey, hold tight. I got some friends with the Bureau. They'll explain everything. You saved me. Thank you. Thank you. Don't mention it. The Bureau. The FIB. They will make everything okay. I'm sure. Don't worry. They'll look after you. The things those people did to me. I'm an American citizen. Put her down in the lot, Trevor. Warum habe ich das Gefühl, dass das nicht, äh, dass wir nicht irgendwie besser sind, was wir mit dem anstellen werden? So. Let's go. Where are we? Go easy, honey. Thank you. Oh my God, you saved me. Hey, hey. Huh? No, 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 no. Hey, hey, I said easy. Come on, give the guy a break. Das ist für den wirklich kein guter Tag. Ich denke mal, der wäre lieber im Bett geblieben heute Morgen. Ja, aber eine lustige Mission, muss man doch sagen. Ah, you better believe it, buddy. Aber in irgendeiner Weise muss natürlich Trevor auch Michael respektieren, weil mit, äh, Michael geht der ja ganz anders um. Na gut, da fliegt Trevor weg, alles klar. Okay, alles klar. So, super. Wenn ich da draufgehe, Binko-Bekleidung? Nee. Wartet mal. Ich klicke mich mal hier durch. Steht da vielleicht was zu? Nee. Nee, egal. Gut, dann würde ich sagen, wir wechseln jetzt mal zu Franklin. Weil wir können jetzt auch keine andere Mission machen. So. Ach, Franklin, in seiner Bonzen will er hier. Okay, alles klar. Okay, alles klar. So würde ich sagen. Gehen wir mal raus und schnappen uns unser Auto und begeben uns schon mal nach hier unten. Obwohl, ich gucke jetzt erstmal, was das hier ist. Das interessiert mich jetzt. Ich glaube, dann beende ich auch erstmal den Part. Aber, ich weiß nicht, was Michael dabei gebracht hat, aber für diesen Job, den ich plane, musst du schießen können. Bring deinen Arsch zu einem Schießstand in Ammonation. Ach, nö. Jetzt ab. Na, was will er von uns? Okay, alles klar. Jetzt will er von uns also, dass wir auch noch schießen können. Ja, gut. Und ich will eigentlich gerade nur mal kurz wissen, was das für ein Symbol da ist. Aber ich glaube, diese Schießstandsache, die werde ich offscreen machen. Weil das muss ich jetzt wirklich nicht in einem Part zeigen. Wie wir da am Schießstand stehen und die ganze Zeit schießen. Kann aber auch sein, dass wir die Flugschule gar nicht hätten komplett abschließen müssen, sondern dass nur der Flugwert auf 100 lag. Aber ich habe es halt sicherheitshalber gemacht. So, und was ist das jetzt hier? Was man hier machen kann? Ach, sind das Sachen, die wir dann jetzt nur kaufen können mit ihm, oder? Ah, nein, der Typ. Oh, du bist so? Oh, du bist. Hey, wie geht's dir? Hey. No, du bist so? Ja, ja. Hey, du hast du gesehen noch mal? Ja, Trevor Fielers, aber ich warte, du willst du von ihm? Oh, Moment, Moment, Moment. Was er da, in, 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 in the, in the men's room? Na, na. Oh, shit, I gotta tell you, this is unbelievable. Ah, crap, that hurt. Man, you're not gonna believe this. They wanna do a reality series about me. Yeah, it's true, man. I'm gonna be big, I'm gonna be huge, right? It's all about the incredibly glamorous life I lead, huh? Good. Yeah, boy. Oh, yeah, boy. Except, you know, while I'm doing that, I'm gonna need somebody else to take some shots for me. Nah, I'm cool on that, dog. Oh, come on, dude. Come on, homie. All right, look, if you get a chance, right? I mean, there's no rush, okay? Oh, you know what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are, right? Yeah, whatever, man, all right. Yeah. Hey, you know, and I promise you fame won't change me one bit. Yeah, I was afraid you would say that. I'm good, I'm good. I'm okay. Wow, everything's good. All right. All right. Chill da ruhig drin. Okay, alles, ja, okay, in Ordnung. Gut, das heißt, wir haben ja irgendwelche komischen Tippes, die hier rumlaufen. Das ist, ja, alles klar. Barry. Ach so, das ist, ja, okay, ich hab's ein bisschen verstanden. Ja, gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, ich bende hier einfach den Part, werde offscreen jetzt mal hier zu diesem Ammonation-Stand fahren, trainieren ein bisschen das Schießen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.